Wir sind hier in Nordspanien auf einer Rennstrecke und drehen für AMG mit dem GT4-Türer und der ganzen GT-Family. Also der Gedanke hinter der Kampagne ist, ein Auto zu zeigen, was zum einen auf der Rennstrecke performt wie ein echter Rennwagen und zum anderen aber auch im Leben performt. Die Zielgruppe für das Fahrzeug sind performance-begeisterte Menschen, die eigentlich gerne noch einen Sportwagen fahren würden, aber mittlerweile vielleicht in einer Lebenssituation sind, wo sie auch die Vorteile von vier oder fünf Sitzen schätzen. Und das Fahrzeug ist einfach die perfekte Verbindung. Die spektakulärsten Szenen entstehen oft auf dem Racetrack. Da gibt es so viele Sachen, man plant so viel im Vorfeld und dann passieren doch immer wieder überraschende Momente. Wir sprechen hier von ein paar tausend PS, die gleichzeitig auf der Straße unterwegs sind, alles im High-Performance-Bereich. Besonderes Equipment, was wir hier einsetzen, ist beispielsweise ein Russian Arm. Hier haben wir die Möglichkeit, dann wirklich Perspektiven einzunehmen, die entweder sehr, sehr tief, sehr, sehr hoch sind, aber das Entscheidende ist die Dynamik, die wir erzeugen können. So können wir wirklich dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, mitten in der Action dabei zu sein. Mercedes-AMG ist ja auch mit hier vor Ort und wir haben hier einen sehr, sehr engen und guten Traat. Wir sind hier auch im ständigen Austausch mit der Regie und dem Kunden zusammen. Also das ist wirklich eine Einheit. Der Darsteller des Films ist wieder einmal Lewis Hamilton. Auf der Rennstrecke haben wir uns entschieden, aufgrund von logistischen Gründen ohne ihn zu drehen und wir werden einen extra Drehtag mit ihm direkt vor Ort in London haben. Der Tag auf dem Set hat sehr großartig, ich meine, es ist immer sehr beeindruckend, wenn man auf dem Set kommt, weil es so viele Leute betrifft, es gibt so viel kreative Input und alle sind so früh auf dem Set, sie arbeiten so hart, also du machst einfach deinen Teil. Der Time-Schedule war ziemlich tough, wir haben aber alles hingekriegt, dank einem Lewis Hamilton, der super mitgemacht hat. Schauspielerisch echt gut. Die Kids waren auch sensationell und die Stoffdiere haben auch mitgemacht. AMG – Driving Performance истор potrzex? ? ? ? Vielen Dank.